Stichwort Hybrid-TV. Wenn Sie uns einfach die Begrifflichkeit vielleicht nochmal kurz erklären würden. Ja, unter Hybrid-TV versteht man die technische Möglichkeit auf einem Fernsehgerät, also Fernsehgerät bzw. auch Set-Top-Box, Digital-Receiver, nicht nur Fernsehen, digital Video-Broadcaster-Empfang, sondern eben auch über IP, über einen Netzwerkanschluss, interaktive Anwendungen, Webseiten, Video-Streaming, das was man eben auch aus dem Internet kennt. Das ist interessant. Ich meine, gerät wird darüber schon seit Ewigkeiten. Jetzt ist es wirklich so weit, dass die Technik mitzieht. Glauben Sie, dass der Zeitpunkt jetzt wirklich erreicht ist, dass der Verbraucher, der User, darauf auch zugreifen wird? Ja gut, Hybrid-TV hat verschiedene Elemente. Einmal geht es um den Ausbau der Breitbandanwendung an sich. Das ist deutlich gestiegen in den letzten Jahren. Darüber hinaus überhaupt die technische Möglichkeit von den Set-Top-Boxen, von den Fernsehgeräten her, diese Anwendungen quasi zu fahren, dass die Chips leistungsfähiger geworden sind, die Hardware ist billiger geworden. Viel wurde auf Chipsets integriert, was früher sehr viel aufwendiger war. Ja, und letztendlich das gesamte, das gesamte Ecosystem hat sich entwickelt. Früher gab es Konzepte und manche Teile fehlten. Und heute kann man sagen, dass die Teile jetzt so langsam zusammenkommen. Und ich denke, dass es ganz gut aussieht, jetzt in den nächsten Jahren da wirklich einen durchbrechenden Erfolg damit zu erzielen. Thema Bandbreite, Sie haben es gerade kurz angesprochen. Welchen Standard sollte zu Hause jeder User haben, um dieses Hybrid-TV zum Beispiel an den TV-Geräten anwenden zu können? Ja, der User sollte erstmal davon überhaupt nichts mitbekommen. Es sollte einfach funktionieren. Das heißt, ein ganz normaler Ethernet-Anschluss, also das, was Sie typischerweise am PC haben oder über Wireless LAN. So ein Gerät, so eine Box hat das eben zukünftig. Alle gängigen Geräte bieten jetzt solche Web-Schnittstellen an. Und letztendlich sollte es für den Kunden vollkommen transparent sein, welche Technologie dahinter läuft. Es sollte einfach die Anwendung finden, entweder über die Red-Button-Funktion, quasi Programm begleitend zu einem digitalen TV-Signal oder eben als App im sogenannten TV-App-Store. Prozentual, wenn die Leute jetzt die Wahl haben, zwischen klassischem Fernsehen und Internet, IP-TV jetzt hin und her zu switchen, Podcast-Anwendungen und so weiter. Gibt es da schon Statistiken oder kann man da schon was zum Nutzerverhalten sagen, inwieweit die Leute das tatsächlich nutzen? Na gut, es gibt Studien, die Befragungen auswerten, die in so eine Richtung zielen, wo man sagt, würden Sie denn interaktive Anwendungen auf Ihrem Fernsehen nutzen? Würden Sie den Fernseher für das Internet nutzen? Und da sagen 30, 40 Prozent, sagen ja, das würden wir tun. Ich glaube aber, man muss vorsichtig sein mit der Begrifflichkeit, weil ich glaube, es geht nicht darum, Internet auf den Fernseher zu bringen, sondern es geht darum, mittels Internettechnologie neue Applikationen rund um das Thema TV zu ermöglichen. Und das ist nochmal ein ganz anderer Ansatz, als Webseiten auf den Fernseher zu bringen. Okay. Letzte Frage vielleicht noch, Hansi, zur AMD 2011. Was ist für Sie so der ganz zentrale Aspekt, den Sie hier behandelt wissen wollen? Ja, in der Tat, dass sich jetzt die Inhalteanbieter mal Gedanken machen, was sie eigentlich mit diesen Apps im mobilen und im Hybrid-TV-Bereich eigentlich vorhaben. Ich finde, es ist immer schlecht, wenn man sagt, ich möchte eine App haben. Darum geht es eigentlich nicht. Es geht darum, wie ist die Content-Strategie? Wie will man seine Reichweite ausbauen? Wie will man die Kunden auf die verschiedenen Endgeräte adressieren? PC, Mobile, TV. Und wie will man da dauerhaft seinen Platz finden in diesem doch heiß umkämpften Markt? Auch internationale Konkurrenz ist ja da sehr, sehr dominant. Und ich glaube, dass die Unternehmen sich erstmal Gedanken machen, wo wollen sie hin, bevor sie sich auf eine technische Lösung einlassen. Und dann sollte die Lösung so offen sein, dass sie eben auch für zukünftige Entwicklungen skaliert, dass sie belastbar ist, dass sie offen ist für die Standardisierung, die jetzt eigentlich gerade beginnt in dem Bereich. Und das sollte man nicht unbedingt auf proprietäre Einzellösungen setzen. Soll ich mal umgucken, wer sind da die Standardtreiber, wer spielt wie?